Hey schön, dass du wieder da bist. Heute reden wir mal über das Thema Wingman und ich zeige dir, was 99% der Männer falsch machen, wenn sie ihre Freunde beim Flirten unterstützen wollen und was eigentlich getan werden muss, um ein guter Wingman zu sein und wirklich Erfolg mit Frauen zu haben. Also Thema Wingman, ich glaube, das ist ein Thema, das hatten wir hier noch nie, aber ich spreche das deswegen an, weil ich neulich, oder was heißt neulich, das ist eine ältere Theorie von mir, aber ich wollte das mal mit euch teilen. Ihr kennt ja das klassische Wingman-Game, also Wingman sagt euch, was für die es jetzt kein Begriff ist, Wingman bedeutet einfach, das ist der Typ, dein Kumpel, der dich in Flirt-Situationen gerade in Zweier-Konversationen mit Frauen unterstützt. Also nehmen wir mal eine klassische Situation, du bist im Club, da sind zwei Frauen, die eine gefällt dir, dein Kumpel kommt mit in die Konversationen und hilft dir halt mit der anderen Frau, indem er sich mit der unterhält, ne? So, und das ist eben das, was die meisten Männer tun und ich werde dir jetzt verraten, warum das klassische Wingman-Game, ebenso nenne ich es jetzt mal, Schlechtes und was du stattdessen machen solltest. Und dahinter steckt eine ganz, ganz logische und auch psychologische Überlegung, die damit zu tun hat, ja, worauf Frauen anspringen. Aber kommen wir jetzt gleich zu. Also, klassischerweise läuft es so ab. Du siehst eine Frau, ne? Du sagst, hey, ich will rübergehen zu der, wir mit der Quatschen, er sagt, okay, ich komm mit hier und stütz dich. Dann gehst du rüber, eröffnest das Gespräch, flirtest mit deiner Frau und er spricht mit seiner Frau. Und man sagt ja auch sowas wie, der Mann, der angesprochen hat, darf sich halt die aussuchen, die er haben möchte und der andere nimmt dann die andere. Also, man gibt halt in dem Moment auch dem Mann, der, ich sag mal, mutiger war, gibt man auch den Vorteil an der Stelle und sagt, hey, dann gehört sie dir. Natürlich gehört sie nicht ihm im Sinne von, jetzt ist sie sein Besitz, aber im Verhältnis dieser beiden Typen ist es dann so geklärt. Das ist so eine männliche Sache, die Frauen tatsächlich manchmal nicht verstehen. Aber gut, das soll jetzt hier nicht Thema sein. Das ist also dieser klassische Vorgang. Ich habe Folgendes festgestellt. Jedes Mal, und ich habe einen, ich habe einen Freund von mir, mit dem ich relativ oft feiern bin und wir sind dann auch relativ oft, sprechen wir mal Frauen an, auch zu zweit. Und ich habe Folgendes festgestellt. Und das habe ich immer wieder festgestellt. Wenn du die Person bist, die das Gespräch eröffnet, also der Typ, der das Gespräch eröffnet, der andere ist der Wingman, wenn du die Person bist, die das Gespräch eröffnet, bist du im Nachteil, im Gegensatz zu dem Typen, der nicht das Gespräch eröffnet. Das heißt, der Wingman sollte nicht Folgendes machen, sondern dich einfach unterstützen und dir hinterher gehen, sondern der Wingman sollte das Gespräch eröffnen und du solltest zufällig dazukommen. Denn das ist die Power. Ich habe das oft genug erlebt. Ich habe es oft genug gemacht. Oft ist mein Freund zuerst hingegangen und ich bin dann so ganz entspannt dazugekommen im Gespräch und ich hatte eine bessere Position, wenn ich ganz entspannt dazugekommen bin, als wenn ich das Gespräch eröffnet habe. Warum ist das so? In dem Moment, wo du das Gespräch eröffnest, gehst du halt mit der Intention hin. Also du bist so, hey, guck mal, du gefällst mir, ich wollte euch ansprechen. Du gehst mit irgendeiner Intention hin. Du eröffnest mit einer Intention. Und das nimmt dem Ganzen so ein bisschen das Mysterium und das Geheimnis weg. Denn die Frau weiß dann ja direkt, okay, deswegen ist er hier. Oder ich sage mal so, die Frau kann sich natürlich denken, warum du da bist. Wenn du sie irgendwie ansprichst, anfängst, mit ihr zu reden, selbst wenn du es nicht direkt machst, weiß die Frau natürlich, okay, er ist wahrscheinlich aus Interesse hier. Jetzt aber, der andere Mann, der dann dazukommt, der nicht das Gespräch eröffnet hat, also der klassische Wingman, hat tatsächlich die viel bessere Position, weil er einfach so dazustoßen kann, ohne dass es auf irgendeine Art und Weise komisch wirkt. Kurz dazu gesagt, wenn du richtig gut bist im Flirten und Kommunizieren, dann wird es generell nicht komisch wirken. Aber du bist trotzdem, oder ich sage mal, die Wahrscheinlichkeit, dass es komischer wirkt, wenn du der bist, das Gespräch eröffnet, ist wahrscheinlicher, als wenn du einfach der Typ bist, der dazukommt. Kurz zur Erklärung. Der, der das Gespräch eröffnet, eröffnet halt eine neue soziale Situation. Und eröffnet sie auch mit Intentionen, im Sinne von, hey, ich will mit dir flirten und ich will mit dir reden. Und das kann eine komische Situation sein. Der andere Mann, der dazukommt, der kommt einfach nur zu seinem Kumpel dazu. Und das ist absolut normal und verrät auch überhaupt nichts über die Intention. Das kannst du dir halt so vorstellen. So sollte man es übrigens optimalerweise machen, meiner Meinung nach. Nehmen wir mal an, du bist mit einem Kumpel im Club unterwegs. So. Und dann sagt der Kumpel, boah, guck mal, die gefällt mir voll. Und was du optimalerweise jetzt machen solltest als guter Wingman oder was gutes Wingman-Game meiner Meinung nach ist, ist, dass du jetzt hingehst, das Gespräch eröffnest, natürlich mit der, also nicht mit der, die ihm gefällt, sondern mit der anderen. Aber du eröffnest diese Zweiergruppe und fängst den Flirt sozusagen an mit eben der anderen. Oder wie gesagt, du musst es nicht mit Intentionen machen, das muss nicht direkt ein direkter Flirt sein, aber du eröffnest das Gespräch. Und er kommt dann einfach ganz casual, ganz locker rein, weil natürlich, wenn man mit seinem Kumpel im Club unterwegs ist, und der spricht mit Leuten, stellt man sich dann dazu. Aber die Frauen wissen dann halt nichts von deiner Intention. Die Frauen wissen nur, ah, der hier ist gekommen, um uns anzusprechen und das ist sein Kumpel, der ist gerade dazugekommen. Und glaub mir, wenn ich dir sage, ich habe das so oft erlebt, wenn du der Typ bist, der einfach so ganz entspannt dazukommt, stehst du gleich, du hast eine viel bessere Position, weil eben noch dieses Geheimnis da ist. Es ist nicht klar, warum du da bist, beziehungsweise es ist schon klar, warum du da bist, nämlich weil dein Kumpel da steht. Aber es ist nicht klar, ob du auch eine Intention gegenüber diesen Frauen hast. Und das macht die ganze Sache sehr spannend und sehr geheimnisvoll. Hinzu kommt noch die Tatsache, und das ist tatsächlich manchmal gefühlt wirklich so, dass wenn du jetzt in ein Gespräch reingehst und direkt starkes Interesse bekundest, im Sinne von, wow, du gefällst mir, dann ist es teilweise so, nicht immer, dass ein gewisses, ich nenne es mal, Machtgefälle schon stattfindet, dass dadurch, dass du sozusagen die Anfrage stellst, so eine Art Bewerbersituation entsteht. Weil wenn du sagst, boah, du gefällst mir, ich will dich kennenlernen, dann ist es natürlich so, oder kann dir schnell passieren, dass eine Art Bewerbersituation entsteht, in der du dich bei ihr bewirbst. Das heißt, sie steht in dem Moment auf einem besseren Posten, wenn man es jetzt von so einer Machtstrukturperspektive aus betrachtet. Der Typ, der aber jetzt reinkommt, also der, um den es eigentlich geht, du bist ja der Wingman, der kann eben auf einer neutralen Ebene in das Gespräch einsteigen. Der ist nicht ein Bewerber. Diese Rolle hast du ja bereits für ihn übernommen. Der kommt einfach ganz normal rein und ist auf normalem, wenn man es jetzt von einem Machtpunkt aus betrachten wollte, Standpunkt. Und probier es mal aus. Es macht einen gigantischen Unterschied im Gespräch. Da gebe ich dir die Hand drauf. Das ist das Gleiche, wie ich den Leuten immer sage, ja, du kannst Frauen direkt ansprechen und Frauen direkt anzusprechen ist auch das Einfachere erstmal für Anfänger. Aber die wahre Kunst besteht darin, über, ja, die Situation, über die Entspannung einfach so ein Gespräch eröffnen zu können, so ganz nebenbei, als wäre es absolut natürlich, ohne gleich mit dieser starken Intention um die Ecke zu kommen. Das ist die wahre Kunst des Flirtens. Und das hier kommt dem eben viel näher, als wenn der Typ, der sich interessiert, direkt reingeht. Stattdessen sollte man es umstellen, wie ich es gerade gemacht habe und du solltest als Wingman deinem Typ, also deinem Kumpel, die Chance geben, ganz entspannt und unterschwellig unter dem Radar sozusagen ins Gespräch reinzukommen. Das ist die eigentliche Wingman-Arbeit, die passieren sollte, denn ansonsten ist es tatsächlich so, dass der Mann, der der Wingman ist, eigentlich die viel bessere Position im Gespräch hat, weil er das Gespräch nicht aufmachen musste. Das heißt, wenn du wirklich ein guter Wingman sein willst oder wenn du, ja, deinen Kumpel optimal unterstützen willst, dann kann ich dir nur raten, mach du das Gespräch für ihn auf. Natürlich sollte er dann auch mal das Gespräch für dich aufmachen, da solltet ihr euch abwechseln, aber das wird viel, viel besser sein für deine, ja, Flirt-Kommunikation. Optimalerweise wartest du dann auch noch einen kleinen Moment danach. Das heißt, er geht rein, eröffnet das Gespräch und du kommst dann kurz danach dazu. So als würdest du gerade vom Klo kommen. Das musst du jetzt nicht sagen, aber so als ob. Das geht natürlich nicht in allen Fällen, wenn jetzt die Frau euch schon zusammen gesehen hat und dein Kumpel eröffnet das Gespräch. Wobei jetzt, wo ich drüber nachdenke, geht das auch. Also nehmen wir uns mal die Situation, ihr sitzt da an der Bar, die sitzen da an der Bar, die haben euch schon gesehen, ihr habt die schon gesehen, dein Kumpel geht drüber und theoretisch könntest du dann, also er macht den Wingman, theoretisch könntest du dann noch so 30 Sekunden warten, kurz vor dem Handy so und dann auch dazukommen. Und wie gesagt, aufgrund dieser Machtstrukturverhältnisse, die schon manchmal existieren, das ist wirklich unterschiedlich, kommt es dann dazu, dass du, ja, wie gesagt, in einer deutlich besseren Position startest, nur die Frau sich halt immer noch fragen kann, okay, dieser Mann ist wegen Interesse hier, aber was ist mit diesem Mann? Über diesen Mann möchte ich etwas herausfinden. Ist das auch vielleicht seine Intention oder hat er vielleicht eine andere Intention? Und dieses Fragezeichen, dieses Geheimnis, macht dann die Situation sehr, sehr spannend für die Frau. Natürlich ist es so, dass wenn die Frau dich jetzt überhaupt nicht attraktiv findet oder voll scheiße, dann wird dir dieser Trick jetzt nicht helfen. Aber es macht schon einen Unterschied. Probier es einfach mal aus. Wie gesagt, im Club ist das eine sehr, sehr gute Sache. Das kann aber auch im Alltag funktionieren, wenn du mit einem Kumpel unterwegs bist. Das kann in jeder Situation funktionieren. Deswegen lassen wir uns ja auch quasi, also es macht zum Beispiel auch Sinn, sich vorstellen zu lassen, wenn du das lassen, also wenn du das machen kannst. Wenn jemand, nimm mal, du bist auf einer Party und der Typ kennt diese Frau, dann kannst du dich vorstellen lassen. Das funktioniert auf gleiche Art und Weise. Der andere Typ, also jedes Mal, wenn du eine etwas seltsame soziale Situation zu einer normaleren sozialen Situation machen kannst, ist das etwas Gutes. Okay, fassen wir es mal so zusammen. Eine Frau auf der Straße kalt anzusprechen oder im Club ist eine etwas seltsamere Situation. Das ist keine absolut normale Situation, okay? Nicht alle Leute sind damit vertraut, nicht alle Frauen sind damit vertraut und die kann einfach immer mal ein bisschen komisch sein. Hängt auch von dir ab, wie du es machst, aber tendenziell ist es eher eine komische Situation im Vergleich zu ich stelle einfach jemand anderem, jemand auf der Party vor. Das ist eine ganz normale soziale Situation. Genauso wie das, ich komme zu meinem Kumpel dazu, wenn er bei Frauen steht im Club, ich komme einfach dazu, weil er da steht, auch eine absolut normale Situation ist und diese normalen Situationen geben dir einfach einen Vorteil, lassen sich auf entspannterer Art und Weise in das Gespräch einsteigen. Wenn du die Frau auf der Party ansprichst, ist das immer noch eine normalere Situation, als wenn du sie auf der Straße ansprichst, denn wenn man auf der Party ist, dann redet man halt miteinander, das ist die soziale Erwartung, aber wenn dich jemand vorstellen kann, ist das noch, noch viel besser, weil du dann nicht diesen Schritt machen musst. Kurz dazu, du solltest in der Lage sein, diesen Schritt theoretisch zu machen, das heißt, wenn du immer nur in der Lage dazu bist, Frauen kennenzulernen, wenn man dich mal vorstellt oder wenn der andere Wingman macht und vorgeht, dann, ja, ist das natürlich ein Problem, das ist ganz klar, aber ich gehe jetzt in meine Überlegung davon aus, dass du dazu in der Lage bist und dass du natürlich auch mal dann für deinen Kumpel als Wingman vorgehst. Also nochmal kurz zusammengefasst, wie funktioniert ein Wingman-Game wirklich? Nicht der eine geht los und spricht die Frauen an und der andere ist dann so nebenbei und hilft ihm, sondern der, der der Wingman ist, sollte zuerst in das Gespräch reingehen, das Gespräch eröffnen, die Seltsamkeit sozusagen übernehmen, also sollte das Risiko tragen, dass es seltsam wirken könnte, das sollte er tragen, das Risiko. Deswegen ist er ja der Wingman und der Unterstützer in dem Moment und er sollte natürlich mit der Frau flirten, nicht die Frau, die du haben willst, sondern halt die dann übrig geblieben ist. So und dann nach kurzer Zeit kommst du ins Gespräch. Es geht eigentlich um dich und die andere Frau und dann kannst du mit der anderen Frau ganz entspannt einsteigen und bist auf einer viel besseren Ebene eingestiegen. Gleiches gilt zum Beispiel für so eine Situation, wie wir sie gerade besprochen haben, nämlich du wirst auf eine Party vorgestellt. Ich hoffe, das ist soweit klar, Fragen oder Kommentare oder deine Meinung zu dem Thema gehen in die Kommentare. Bin gespannt, was dann dabei rumkommt. Ansonsten sehen wir uns übermorgen wieder. Geil, dass du da warst. Hier oben kannst du in den Channel abonnieren. Einfach auf die Glocke klicken. Hier unten kannst du dich für eine neue Coachingplätze im nächsten Jahr bewähren. Die ersten sind bereits belegt, aber die nächsten werden bald geöffnet. Und hier unten gibt es oder kommst du zu Videos, zu weiteren Tipps für deine Frau mit Frauen. Schau da unbedingt vorbei, wenn du bis hierhin reingeblieben bist. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.